herzlich willkommen in der neuen folge youtubers live und ich denke vielleicht geht der trend doch eher zum brotemantel das ist so viel gemütlicher herum zu sitzen wir wollen ja mal gucken wir haben hier was wir müssen wir hier an also ich muss ja wieder sonst wir müssen mal einkaufen weil wir brauchen ja wir brauchen ja eine konsole und die playstudios 569 du meine güte da ziehst du die schuhe aus siehst du jetzt warten wir bis sie da ist dann können wir das spiel machen am feiern zwei video spiel mit der kann man ja keine drei videos aufnehmen die bricht ja dann wieder ab das kann ich nicht machen die werden wir dann wahrscheinlich raus schmeißen wir werden aber erst einmal das spiel machen viel auswählen gameplay fortsetzen so machen wir mal automatisch automatisch so zack da gehen wir rüber hier ich muss ja mal ran so wird das nichts wenn du schon nichts machst so die haben wir dann aus weil das gibt es ja gar nicht lädt ja schon jedes mal alles ab tanzt das ist ja bloß herum wie so auf meinem anderen spielstand hatte ich ja die konz die war fleißig die hat mich gemauelt aber die ist favel hier geht es ja nicht kommt ja gar nicht in die tüte kommt das aber wir warten erstmal bis wir jetzt das video fertig haben hier das ist ja gar nicht nicht zu fassen ne unfässlich die unfässlich genau gehen wir rüber wir haben zu tun so so naja das ist jetzt ich habe so viel zu was es nutzt hallo heinz ich bin von einem honne wie sieht es mit einer unterstützung der dänem boxing competition aus du naja machen wir mal wir müssen nicht wieder verpassen hier wenn wir nun schon auch so eine teure konsole haben du so zeige her spielbeliebtheit interesse hochladen das geht's so was machen wir jetzt mit der kirche hochreden kurs belegen ne wo könnte man die jetzt entlassen hier was ist das hier profil hier und christina motiviert ne die sind nicht motiviert die bricht ja mal ab vertrag überprüfen vier monate verlängern beenden entlassen wir holen jetzt eine andere das kostet dich was es gibt es ja gar nicht 660 ne haben wir ja gar nicht die kann ich gar nicht entlassen jetzt müssen wir die truller hier noch müssen wir die jetzt auch noch weiter beschäftigen ne das ist ein ding du alter die mal jedes mal guck mal wir haben noch ein paar kursen mal punkte 945 schauen wir hier noch was was wir für das geld kriegen ne kriegen wir gar nichts du wir kriegen ja nichts für unser geld ist ja nicht zu fassen das ist ein ding defekter pc ach du meine güte ersetzen ne wir können die schon wieder 9 kaufen dann müssen wir mal raten wie schnell der da ist du ratzfatz du letzfatz fantastisch video perfekt das ist gut immer her mit dem geld müsste schon wieder was bezahlen so wieso nur ganz jetzt versuchen wir es mit der noch mal hier vertragsende endet in 14 tagen ne da kannst du noch ein video aufnehmen so gameplay so da bin ich jetzt mal gespannt wir gehen mal arbeiten gibt es noch was zu arbeiten was haben wir hier noch ach gibt es ja gar nicht viele schuhe putzen nein die glüte auch nicht mehr brauchen wir haben eine teure eine teure bei playstation haben wir uns gekauft das geht ja sonst nie guck jetzt tippt sie schneller bipp 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 äh sagen wir mal zu essen erst mal mal ein bisschen Brot dann können wir mal zu essen im küscher dann gucken wir gleich mal so das ist gegen müdigkeit das wasser guck dir mal das kriegt man jetzt erst mit da muss man nicht immer schlafen gehen wohl schlafen schneller geht muss ich ja mal sagen also schlafen geht schneller wie mit dem Brot dann musst du schon wieder drauf drücken wieder wässerchen hm so zeig mal her was du gemacht hast bleib nochmal stehen oh alte zeig das ergebnis des videos naja wenigstens wenigstens ist es was noch also noch mal bewerben das kostet ja wieder geld jetzt müssen wir zum event gehen du gott was ziehen wir an jackett lassen wir an hier nehmen wir wieder schicken pulli nehmen wir mit schicke schicke schuhe diesmal sieht gut aus ohne mütze und die andere brille wieder so sehr schön und los geht's kann man ja einen flog machen die flog floggen ja ja Ja, Leute, die, 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 die jetzt wer hat das spiel noch spiel so jetzt gehen wir wieder knipsen beeil dich ein bisschen wir sind dran also geht er für die presse posieren nicht die presse polieren sondern für die presse posieren was haben wir jetzt, wieso haben wir einen luftsprung gemacht wen haben wir hier noch zum gewasseln flirte lil du, da weißt du wieder was das spiel ist das war der wo wir das spiel hinnehmen vielleicht machen wir auch wieder einen vlog interessiert zwar kein schwein, hier vlog aufnehmen so machen wir, du startest deine abnahme vergiss dich selbst, was? vergiss dich selbst, aha du bemerkst, dass das wild verschwommen ist muss man ja fachlich ein bisschen erklären, warum man so verschwommen ist du weißt nicht, was du sagen sollst ja was, du sagst, dass du der beste youtuber der welt bist neuer grün na logisch doch logisch, der händ добro ist nicht gut repler Blablablablabla Blablablabla Blablablabla Frage deine Abonnenten nach Leitz Blablablabla Ja Bin ich enttäuscht Blablabla Blablabla Ja Wen haben wir hier noch? Wollen wir ein bisschen schwatzen? Oder wollen wir einfach nach Hause gehen? Blablablabla Blablabla Blablabla Wie viele Fremde immer Wo haben wir unsere Freunde Blablablabla Blablabla Blablabla Oh, gehst du erwähnen? Ich stehe auf Männer mit Masken Was ist denn denn? Aber könnte ich die Spreche da jetzt wieder abbrechen? Blablabla 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 So, was haben wir noch? Blablabla 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 So, andere Trogentermine in den Kalender, ich über das Kochen reden, ich über das Kochen reden, meine Mikrowelle ist kaputt, wie soll ich den Steak zubereiten, wenn ich den Mikro warm mache, natürlich, steht in der Mikrowelle, wenn das Fleisch noch nicht tot ist, dann ist das Blut. Ah, auf der Yacht, na gut, dann gehen wir mal auf die Yacht, dann machen wir das mal. Nur die besten YouTuber, jetzt werden wir auf die Yacht eingeladen, da haben wir ja vielleicht doch mal Glück gehabt, mal einen Glückstreffer gelandet, du. Der lacht hier so schön, was ist das mit dem? Achso, das wurde ja. Blablabla, so, wir tun dir eine noch schmatzen und dann würde ich sagen. Worte ist genug für das Event hier, nur ein Event. So, ach, ich wollte schon nicht mit uns reden, ne, dann machen wir hier zurück zum Menü. Bein schon. Dieser, falls er einen Tipp hat, ist ja nun egal, das ist ja dann schwer, ist erst lange, ne, lange bevor ich das aufgenommen habe. Ich habe vielleicht noch ein paar andere Folgen gemacht. Vielleicht bin ich auch zu doof. Aber die PS4, ne, danke, ja, wir sind schön. Yeah! Yep. So. Achso, das Video lädt noch. Wo wäre es denn das jetzt hier? Was können wir hier noch mal reden? Yeah! Hallo, Heinz, ich möchte heute Abend gerne ins Kino gehen. Nein, nein, wir müssen feiern, müssen wir heute, nein, Kino machen wir heute nie, wir müssen feiern, müssen wir gehen. So. Sullivan ist jetzt jemand, aha. Das ist das Spiel, das könnte die ja gleich mal machen, ne? Oder hat die schon wieder schlechte Laune, ne? Die hat gute Laune. Oder soll sie mal einen Kurs, die kann ja mal einen Kurs machen, ja. Kurs machen. Videoaufzeichnung für Anfänger. Bumm. Komm, dann macht sie mal was Gescheits hier. Wir gucken mal, was es zu arbeiten gibt, weil wir haben wieder kein Geld. Haben wir wieder. Ach, du liebe Güte, Audio-Waschen, das ist ja aber gar nichts hier. Ach, wir müssen unser Vlog-Video, müssen wir ja auch noch fertig machen. Jetzt möchtest du ins Kino gehen, jetzt kommen sie mir mit Kino, du. Okay. Nee, ich wollte jetzt, wie ging das mit dem Video? Nee, alter. Äh, hatten wir denn noch ein Vlog-Video? Was wir machen sollen? Äh. Äh, wo ist denn unser Vlog-Video? Hättest du das wieder nicht gespeichert? Haben wir denn hier? Hm. Machen automatisch. Ich hab mir den Karten. Tut mir leid, da hab ich schon ein bisschen so. Veröffentlicht. Oh, da hätten wir ja keine alte Kommentare kommentieren. Hätten wir da keinen machen. Oh, aber das ist doch die sechste Folge am Stück. Und mir fällt auch nichts mehr ein. Die Stimme wird heißer. Es ist schwierig, nur in die Villa zu kommen, in die geschützte Villa. Da haben wir bestimmt noch sagen, wir können den zweiten Arbeitsplatz kommen, glaube ich, auch einrichten. Aber wir haben ja kein Geld jetzt. Oh, wir haben ja kein Geld. Komm in den Event. Müssen wir schon wieder zum Event, du. Die geht nach Hause, die ist müde. Haufe einen neuen PC. Siehste, müssen wir also da auch noch machen. Aber wir haben ja immer, wenn wir kein Geld haben. Wir haben kein Geld, tut mir leid. Wir müssen erst Kohle verdienen. Das hilft alles nichts. Was hatten die? Hat die auch noch mit hier? Wieso hat die hier noch? Was hatten die hier noch? Ach so, einen Kurs ansehen. So, jetzt zeige ich ihn dann hier. Der Pressing Manager, du. Durchlaufen. PC kaufen kann man ja nie, weil es wird ja nichts hier. Dann gehen wir schnell schlafen. Kommentaren moderieren, müssen wir mal. Ach nee, wir müssen zum Event, müssen wir. Ach, wir gehen gleich so jetzt. Wir gehen gleich so. Wir gehen gleich so. Du, Eventjog, das andere. Man hat nur noch zu tun, als du. Ah, jetzt sind wir auf der Yacht, du. Wir sind auf der Yacht. Das ist ein Ding. Endlich haben wir die Yacht gefunden, du. Wo ist denn aber hier mit dem? Ja, hier. Reden. Oh, ist das nicht hübsch, die Yacht. Rede einem beliebigen Charakter. Ach, du meinst. Wir sind auf der Yacht, hier. Nein, 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 nein. Bla, 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 bla. Date? Hier gibt es überhaupt kein Date. Wen soll man hier daten? Hier gibt es keinen, den man daten kann. Niemand gibt es hier. YouTube über Rumpen reden, aber daten kann ich ja nicht. Ah ja, hier noch eine Date-Fragung. Bester Freund jetzt. Oh, der beste Freund. Und nun haben wir jemanden nach einem Date gefragt. Und jetzt? Eis bekommen wir nicht. Super gemacht. Kochuniform. Bitteschön, eine Kochuniform. Das macht dann 20 Dollar. Nein, was wollen wir mit der Kochuniform? Nein, danke. So was. Also, klöpst du, du. Dann tanzen wir noch mal auf der Yacht. Dann waren wir auf der Yacht. Du, es ist gleich zu Ende, du. Die Events, du. Der beste Freund. Das geht also. Oh, bester Freund. Und, aha. Hier, tunst du Dinge öffnen. Mensch, so. Weil wir müssen gleich nach Hause. Da können wir auch noch tanzen, Herr Krause. Die Lamp-Bum-Bum-Bum. Wir geben ihm noch ein Geschenk. Ein bisschen einkratzen hier. Nur ein bisschen einkratzen. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. Nur, das ist ein Ding. Da waren wir mal auf der Yacht. Du, wir haben es geschafft. So. So, wir wollten. Was wollten wir denn eigentlich machen? Wir wollten. Bereit zu. Veröffentlicht. Kommentare moderieren wollten wir. Ja. Abbrechen. Wo ist denn nun wieder hin? Dann können wir hier reden. Reden. Mein Computer ist kaputt gegangen. Ich baue mein... So. Können wir machen. Bum. Weil wir sollen ja noch ein Computer... Was ist hier jetzt? Was wollen wir hier machen? Reden. Heinz, ich möchte heute Abend gerne ins Kino. Ach, wir sollten ja ins Kino. Na, wir kommen ja mit ins Kino. So, wir gehen mal heute Abend ins Kino. So. Was hat die jetzt gemacht? Müssen wir schon wieder ins Kino? Und was haben wir beide Leute schon an? Nö. Ach, haben wir das umgezogen. Zum Event gehen. Das haben wir noch für ein Event. Noch ein PC kaufen. Wir kommen gar nicht dazu. Ein Gameplay machen. Jetzt rennen wir schon wieder auf ein Event herum. Hier an der Ecke steht sie mit dem Ausrufezeichen. Da eben. Müssen wir mit dem Speicher wahrscheinlich doch anders machen. Ich weiß ja nicht, wenn der Motor sehr wecker will. Wenn wir hier einen Vlog machen, dann geht das nicht. Das ist sehr düselig, ist das. Düselig. Stehen wir nicht mehr Bilder rum, du? Bist du wirklich bekannt? So, was haben wir denn hier noch zum Reden? Reden wir noch ein bisschen mit den Leuten? Mach ich bessere Videos? Aha. Ne, wie du denkst. Blablabla. Über die Yacht können wir jetzt reden? Wir waren ja schon mal dort. Da können wir über die Yacht jetzt reden. Blablabla. 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 In der Ohnung, die Yacht, ne? So, klar. Blablabla. Es ist schwierig hier überall, um diese Bekannten zu schließen. Blablabla. Jetzt probieren wir mal aus. Hier machen wir noch einen Vlog. Und dann probieren wir mal aus. Wie wird das mit dem Speichern? Das habe ich jetzt mit dem Namen. Wir nehmen mal einen Vlog auf. Blablabla. Blablabla. Ja, wir nehmen mal den Haftkreis. Wir nehmen Slime aus dem ersten Bild. Ja, bin ich diesmal gespannt. Bei den anderen Events klappt das und hier klappt das nicht. Weil ich weiß nicht, wie ich nach Hause bin. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Was haben wir jetzt machen? Du weißt nicht, was du sagen sollst. Machen wir eine nervische Kritik. Jetzt muss ich euch mal einen Punkt geben, wenn wir den Hirn nach Hause gehen. Wenn ihr Handy warm und nicht euer Pippe und immer noch mal. Oh, habt ihr das keine? Oh, nein, genau. 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 Oh, oh, du. Oh, 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 du. Mensch, du. Oh, nein, genau. Jetzt machen wir mal herum. Gucken wir mal, ob wir das mit dem Haus in dem Momentan. das ist mir noch ein bisschen ein rätsel ist mir das ein bisschen ein rätsel ist es wieder weg unser flock ist wieder weg was soll ich denn hier machen haben wir auch noch ein gameplay auftrag könnte die ja eigentlich machen oder dann bricht die wieder ab machen wir das automatisch das ist dann immer weg also wie gesagt ich weiß nie wie man von diesen events wieder nach hause kommt ich habe keine ahnung also wir hätten eins auf der jacht hätten wir dann noch eins machen ja das schaffen wir vielleicht auch noch mal vielleicht irgendwo in dem punkt so wenn das einer weiß von euch ich muss ja bei pc kommen wir haben absolut kein geld mehr schöner oder den zweiten pc hat dann arbeiten jetzt müssen wir noch viermal arbeiten gehen wieder also gehen wir rüber wir haben zu tun und die folge ist wieder zu ende der folge ist da macht man dann hier schluss im schnitt schluss 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 schnitt wir machen das video noch was machen die jetzt die stört uns also über die zeit der chef muss arbeiten ob man sie behalten mit dem vertrags ende weiß ich noch nie so viel wie sie gemeldet hat ob wir uns jemand anderen einstellen kann man sich ja noch mal überlegen so und ob ich das nächste mal beutemantel ich guck mal was mein schrank noch so hergibt so zeig mal was du gemacht hast du wollen wir uns das gucken uns jetzt noch anjungen so wir laden es hoch das warten wir auch noch rendern hochladen zu der weile können wir noch mal was futtern und nehmen wir einen hamburger nehmen wir noch und schon sind wir satt da können wir noch mal wässern wir müssen ein bisschen essen mit dem wasser wir haben fast ausgeschlafen haben wir haben fast auch hochgeladen so schön jetzt haben wir wieder geld da klingelt die kasse wieder aber wir können immer noch kein pc mit dem wort müssen wir so tausend nehmen und dann würde ich sorgen machen wir an der stelle das mit lustig schluss mit lustig ja meine lieben ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen gefallen einmal schönes outfit freu mich wie immer an den konstruktiven kommentaren da oben den ein oder anderen abonnenten und wenn ihr nicht verpassen wollt wie es weitergeht dann macht die gleiche dann danke ich euch wieder fürs zuschauen und sage bis zum nächsten mal tschüss euer heinz